Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich hier wieder einmal eine Powerstation stehen und zwar diese Powerstation, der EcoFlow Delta Max, wurde von mehreren Zuschauern extra angefordert, gewünscht, sodass ich mal ein Video hierzu bitte machen könnte. Ich habe sie bei dem Online-Shop online-batterien.de angefragt und diese haben mir netterweise dieses Gerät zum Testen und Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Ich möchte mir dieses Gerät mal näher mit euch heute anschauen. Was ist das hier? Für diejenigen, die noch keine derartigen Videos von mir geschaut haben, dieses Gerät, so ein Gerät, ist eigentlich nichts anderes als eine mobile Powerstation, das heißt ein mobiler Akku, eine Notstromversorgung, nicht mehr wie ihr es kennt mit der Rumpelkiste draußen vorm Wohnwagen in Form eines Notstromerzeugers. Nein, hier haben wir eine Powerstation mit Lithium-Ionen-Batterien, hier in diesem Fall auch Lithium-Ionen-Eisen-Phosphat-Batterien. Ich bevorzuge mittlerweile diesen Batterietyp in den meisten Fällen, da dieser Batterietyp etwas sicherer ist als die Standard-NCA-Technologie und auch dementsprechend etwas langlebiger ist. Wie gesagt, dieses Gerät hier gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe hier den EcoFlow Delta Max mir beschafft und möchte den einfach mal näher mit euch anschauen. Wer braucht sowas? Ganz einfach erklärt. Überall dort, wo ihr keine Stromversorgung zur Verfügung habt oder wenn ihr eventuell Geräte autark versorgen wollt oder eventuell auch unterbrechungsfrei versorgen wollt, das heißt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung aufbauen wollt, könnt ihr das mit so einem Gerät machen. Was wären hier ein paar Beispielgebiete? Natürlich Camping, ganz vorneweg genannt oder wie ihr es euch vielleicht auch ausmalen oder vorstellen könnt, wenn ihr eventuell irgendwo eine kleine Angelhütte habt oder eine Garage, eine kleine Werkstatt abgelegen, könnt ihr mit diesem Gerät euch auch mit Strom versorgen. Ihr könnt es auf verschiedene Art und Weisen aufladen aus dem normalen Stromnetz oder per Solarpanel oder sogar über den Zigarettenanzünder, über die 12-Volt-Steckdose am Auto oder im LKW. Alles machbar. Ihr könnt dann hier euren Strom speichern und dann abrufen benutzen, wenn ihr ihn braucht. Nichtsdestotrotz schauen wir einfach mal etwas näher auf das Gerät. Beginnen wir als erstes mit dem Standard-Lieferumfang. Der Lieferumfang enthält eigentlich alles, was wir für den Start brauchen. Wir haben unser Hauptmodul, unseren Akkuspeicher, eine Bedienungsanleitung und alle wichtigen Anschlusskabel. Mit wichtiger Anschlusskabel meine ich natürlich ein Anschlusskabel für den Netzanschluss, damit wir unsere Powerstation laden können. Da komme ich auch nochmal dazu. Hier können wir nämlich auch vieles einstellen. Dann können wir natürlich diese Station auch über Solar laden. Dementsprechend haben wir hier ein Solaradapterkabel. So könnt ihr natürlich eure Solarmodule hier anschließen und damit eure Station aufladen. Ich habe es ja vorhin auch schon angekündigt. Ihr könnt natürlich auch über eure PKW-Stromversorgung laden. Das dauert natürlich etwas länger, aber auch hierfür haben wir ein Adapterkabel. Und dann wollt ihr natürlich den Strom auch verbrauchen. Wir haben dann dementsprechend alle Anschlüsse hier schon am Gerät. Und für die Camper benötigen wir natürlich auch noch unsere 12-Volt-Anschlüsse. Hier haben wir nochmal ein Adapterkabel für den 12-Volt-Anschluss. Ich benutze das zum Beispiel hier im Studio gerne auch für meine Studiobeleuchtung. Schauen wir uns als erstes mal das Gerät selbst an. Wichtig, wenn ihr dieses Gerät oder größere oder kleinere Versionen auch mal ausprobieren wollt, schaut doch einfach bei online-batterien.de nach. Unten in der Videobeschreibung habe ich euch den Shop verlinkt. Und dort findet ihr auch einen Rabattcode. So könnt ihr etwas beim Einkauf sparen. Was kann der EcoFlow Max und was können wir hier anschließen? Beginnen wir einfach mal hier auf der Vorderseite. Hier haben wir, wie ihr schon seht, eine ordentliche Kühlung verbaut. Das heißt, das Gerät wird, wenn es unter Last ist, natürlich dementsprechend auch die Kühlung einschalten. Und hier werdet ihr dann auch ein hörbares Geräusch wahrnehmen können. Diese Kühlung ist aber wichtig. Wir arbeiten hier mit Lithium-Ionen-Akku. Diese müssen gekühlt werden, wenn sie geladen und entladen werden. Und wenn hier diverse Kapazitäten oder Temperaturen überschritten werden. Dann kommen wir als nächstes zur Vorderseite. Hier haben wir eigentlich unsere wichtigsten Bedienelemente. Wir haben hier oben unser Display, den Ein- und Ausschalter, unsere USB-Ausgänge. Hier natürlich alles, was wir brauchen. Standard USB-A für Standard USB-Stromversorgung. Natürlich Fast Charge, wenn ihr dementsprechende Geräte wie Smartphones, Laptops oder Tablets habt. Das könnt ihr hier sehr schnell aufladen. Und dann dementsprechend natürlich USB-C zweimal mit 100 Watt. Das ist auch sehr wichtig, wenn ihr dementsprechende Geräte wie Laptops, besonders auch Apple-Geräte habt. Die hier angeschlossen werden können und dann dementsprechend ihren Strom herausziehen können. Ich nehme einfach mal das Gerät gleich mal in Betrieb. So kann es schon mal hochfahren. Und wir können uns das Gerät dann weiter anschauen. Wichtig, wir haben hier oben natürlich auch noch ein Display mit den wichtigsten Informationen. Hier sehen wir eine geschätzte Restlaufzeit. Wie lange hält der Akku noch? Wir sehen den Akkustand. Ich habe ihn mal etwas vorgeladen, damit ich euch auch noch mal was zeigen kann. Hier haben wir im Moment 73% und den Import sowie auch den Output. Hier seht ihr, wie viel Energie in das Gerät hineingeladen wird oder herausgenommen wird. Des Weiteren kann dieses Gerät natürlich auch über eine App angesteuert werden. Dieser wird dann per WLAN oder mehr zu sagen, wird das Gerät dann per WLAN mit dem Internet verbunden. Hier haben wir dann noch ein kleines WLAN-Symbol, wenn das dann geschehen ist. Das zeige ich euch aber auch noch mal gleich im näheren Detail. Dann haben wir einen ganz wichtigen Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist und zwar hier auf der Hinterseite. Wir können dieses Gerät erweitern. Von diesem Gerät gibt es ja verschiedene Modelle. Hier haben wir das Modell mit 2016 Wattstunden Leistung. Das heißt, hier können wir 2016 Wattstunden speichern und dementsprechend auch ausgeben. Allerdings können wir das System auch um zwei weitere Systeme erweitern. Hier haben wir die dementsprechenden Anschlüsse. Hier können wir zwei Erweiterungsbatterien anschließen und somit die Kapazität noch mal deutlich erhöhen. Das ist natürlich schön, wenn ihr besonders im Camping unterwegs seid oder das System in eurer Angelhütte oder irgendwo aufbaut, könnt ihr einfach die Systeme übereinander stellen, per Kabel hier verbinden und habt dann dementsprechend viel mehr Speicherkapazität. Wenn ich jetzt hier dementsprechend noch mal zwei dieser Module anschließen würde, hätten wir rund über den Daumen 6 kWh Speicherkapazität, die wir dann hier über den Tag verbrauchen können. Dann kommen wir als nächstes zur wichtigsten Anschlussseite. Das wäre die Seite, wo eure technischen Geräte angeschlossen werden können. Wir beginnen hier einfach mal ganz unten. Unten die Standardausgänge, wie wir sie im Camping sehr gerne benötigen oder ich natürlich auch als Videoproduzent. Ich brauche das auch sehr oft, die 12 Volt Anschlüsse, Standardanschlüsse. Wir haben hier unseren ganz normalen 12 Volt Stecker. Wird auch gerne mal als Zigarettenanzünder bezeichnet, hat aber mit einem Zigarettenanzünder nichts zu tun. Wir nehmen hier unseren 12 Volt Strom heraus. Wichtig bei den Anschlüssen steht natürlich auch immer die Abgabe, die Maxabgabe. Besonders hier bei den kleinen Anschlüssen möchte ich noch mal darauf hinweisen. Hier haben wir zwei kleine 12 Volt Ausgänge. Ich verwende sie, wie gesagt, für meine Studiolampen. Es gibt aber viele andere 12 Volt Geräte, die hier angeschlossen werden können. Die können maximal 3 Ampere entnommen werden. Dann kommen wir hier oben eigentlich zu dem wichtigsten Anschlusspunkt für die meisten von euch. Das ist der 230 Volt Anschluss. Den seht ihr hier. Ihr könnt hier bis zu vier 230 Volt Geräte direkt anschließen. Und wir haben hier auch eine reine Sinuswelle. Hierzu gibt es aber noch was zu beachten. Das schauen wir uns dann noch mal in der App an. Denn hier gibt es zwei Betriebsmodis bei diesem Gerät. Zum einen einen Standardbetriebsmodi. Hier würde ich, den würde ich eigentlich verwenden, wenn ihr zum Beispiel Laptops verwendet oder feine Elektronik. Das ist eigentlich alles, was ein Netzteil davor hat, alles was ein Display hat. Das ist in meinen Augen feine Elektronik. Hier achtet ihr bitte darauf, dass in diesem Gerät das dann eingestellt ist. Und dann haben wir noch einen zweiten Betriebsmodus. Wie gesagt, ich zeige ihn euch nachher noch mal in der App. Dieser ist dann eher für Geräte gedacht, wie zum Beispiel Wasserkocher oder vielleicht ein Haarfön oder eine kleine Elektroheizung. Diese Geräte können dann in einem zweiten Modus betrieben werden. Bei diesem Modus handelt es sich nebenbei um den sogenannten X-Boost-Modus. Dieser wird halt benötigt, wenn ihr starke Energieverbraucher anschließt, wie ein Wasserkocher oder eine Heizung oder ähnliches, was auch mal einige Spitzen rauszieht. Diese Spitzen würden dann eventuell die maximale Abgabeleistung dieses Gerätes überschreiten. Hierdurch kann aber das Gerät das kompensieren, kann diese für einen kurzen Moment liefern. Und ihr könnt dann dementsprechend die hohen Anlaufströme dieser Geräte überwinden, sodass diese überhaupt verwendet werden können. Wichtig, schaltet diesen X-Boost-Modus ein. Wenn ihr, wie gesagt, Wasserkocher, Herdplatten oder ähnliches hier dran verwendet, schaltet ihn aus, wenn ihr zum Beispiel euer Tablet hier anschließt. Das würde ich dann zwingend noch mal empfehlen. Das möchte ich euch dann aber auch noch mal in der App näher erläutern. Wie gesagt, auch hier können wir den Ausgang ein- und ausschalten, wie natürlich auch hier unten den 12-Volt-Ausgang. Somit läuft kein Ausgang unnötig mit. Das ist auch wichtig, weil hier haben wir einen Wechselrichter. Dieser Wechselrichter braucht auch eigenen Strom. Wenn wir natürlich diesen nicht verwenden, schalten wir ihn hier aus und somit hält dann dementsprechend der Akku noch mal deutlich länger. Dann kommen wir zu unserer Input-Seite. Diese Input-Seite ist natürlich äußerst wichtig. Wir wollen ja irgendwie auch das Gerät aufladen. Für den Input-Anschluss des Gerätes benötigen wir natürlich dementsprechende Stecker. Wir haben zum einen einen 230-Volt-Stecker. Hier seht ihr schon kein Netzteil verbaut. Das Netzteil ist hier integriert, hat große Vorteile. Wir müssen kein externes großes Netzteil mit uns rumschleppen. Wir haben neben den Standard 230-Volt-Anschluss, der allerdings, was ich auch noch mal dazu erwähnen möchte, einstellbar ist. Wir können hier in verschiedenen Lademodis arbeiten. Diese können wir in der App auch noch mal etwas spezifischer einstellen. Wir haben aber, wie ihr hier seht, eine Schnelleinstelltaste. Schnelles Laden, langsames Laden. Das können wir dann in der App noch mal etwas spezifischer einstellen. Ist besonders interessant, wenn ihr Solaranlagenbesitzer seid, bei euch zu Hause im Haus. Ihr habt eine Solaranlage auf dem Dach, vielleicht gar keinen Speicher verbaut. Und diese produziert über den Tag sehr viel Strom, den ihr aktuell nicht verwenden könnt. Aber nachts wollt ihr vielleicht mal eure Fritzbox damit betreiben oder einen kleinen Kühlschrank oder sonst irgendwas. So könnt ihr hier den Ladestrom einstellen. Wie gesagt, das zeige ich euch nachher auch noch mal in der App. Könnt hier diesen spezifisch einstellen. Wie viel Strom habt ihr aktuell übrig? Wie viel Ampere habt ihr aktuell übrig bei eurer Solaranlage? Und könnt das quasi aus dem Netz einfach wieder zurückziehen, indem ihr das Gerät einfach mit der Steckdose verbindet. Und so in diesem Gerät speichern. Durch diese spezifische Einstellung könnt ihr das so gering einstellen, dass ihr keinen Strom aus dem Netz zukaufen müsst über den Tag, wenn jetzt eure Solaranlage arbeitet. Und somit habt ihr die Möglichkeit, den selbsterzeugten Strom hier drinnen zu speichern, ehe er zum Beispiel ins Netz verloren geht. Denn wir wissen ja, aktuell gibt es fast kaum noch Vergütung für eingespeisten Strom. Und wenn ihr über eine gewisse Zeit eure Anlagen betreibt, bekommt ihr eigentlich gar keine Vergütung mehr. Deswegen ist sowas auch äußerst interessant. Dann können wir natürlich dieses Gerät auch über Solarpaneele oder über KFZ aufladen. KFZ haben wir den ganz normalen KFZ-Stecker, wird hier angesteckt. Oder natürlich auch über Solarpaneele. Da brauchen wir hier dieses Adapterkabel-Vorteil. Wir können hier Solarpaneele anschließen. Bitte achtet hierbei auf die vom Hersteller angegebenen Werte. Wir können hier von 11 bis 100 Volt max anschließen. Achtet bitte darauf, besonders bei großen Strings. Im Winter kann die Voltage, eigentlich nennen wir das die Spannung, ansteigen. Und das sollte bitte immer unter 100 Volt bleiben. Bitte überschreitet auch nicht die Werte, die hier angegeben sind. Ist das der Fall, könnt ihr eure Solarpaneele hier anschließen. Wichtig, maximal 10 Ampere Input. Oder anders ausgedrückter Hersteller gibt hier auch nochmal eine maximal Wattzahl an. Bitte überschreitet 800 Watt im Anschluss hier nicht. Haltet diese Werte ein. Es wird auch immer wieder unter meinen Videos bei diesen Werten oder bei diesen Angaben diskutiert. Man sollte das doch bitte mal überschreiten. Ich rate zwingend davon ab, warum. Diese Geräte sind recht teuer. Wir haben hier eine Ladeelektronik, die ist für diese Werte ausgelegt. Und wenn hier irgendwelche Spitzen kommen, kann es passieren, dass die Ladeelektronik beschädigt wird. Oder zumindest erstmal hier der Sicherheitsmechanismus greift. Und das wollen wir doch vermeiden. Besonders, wenn wir so viel Geld für so ein Gerät ausgegeben haben. Wenn ihr wirklich dementsprechend größere Solarpaneele oder größere Strings an so ein Gerät anschließen wollt, dann kauft doch einfach die nächstgrößere Variante. Macht nicht solche Spielereien und schließt hier immer zu viel an. Denn diese Technik ist einfach viel zu teuer dafür. Achtet bitte ein bisschen darauf, die spezifischen Werte hier einzuhalten. Das hat auch ein bisschen was mit dem Sprandschutz zu tun. Bitte nicht überlasten. So, wie gesagt, hier können wir dann unsere Solarmodule anschließen. Das möchte ich euch nachher auch nochmal zeigen. Kommen wir aber gleich dazu. Jetzt haben wir hier drüben noch einen kleinen Sicherungstaster. Hier können wir dann nochmal das ganze System quasi zurücksetzen, neu starten, falls dann in irgendeiner Form hier eine Überlastsicherung ausgelöst hat. Beginnen wir als erstes mal mit dem Aufladen des Gerätes. Wenn dessen es auflädt, kann ich euch ja dann mal die App zeigen. Ich möchte jetzt als erstes mal das Gerät über ein Solarpanel aufladen. Wenn ihr kompatible Solarpanele sucht, schaut doch einfach unter www.online-batterien.de www.online-batterien.de-shop-solarmodule-a-tronics nach. Dort findet ihr zum Beispiel ein kompatibles Solarmodul, was man hier mit anschließen kann. Diese kann man dann mitunter auch kombinieren, sodass sie dann nah an die 800 Watt herankommt und können dann dementsprechend das Gerät aufladen. Jetzt kommen wir einfach mal zum Aufladen. Wie gesagt, hier ist der Anschluss für das Aufladen über Solar. Ich habe hier das Adapterkabel, stecke das jetzt einfach mal hier hinein. Ich habe hier fest verbaut mehrere Solarstrings auf dem Gebäude, was ich hier habe. Das habt ihr ja schon in anderen Videos gesehen. Und ich wähle mir jetzt einfach mal einen Solarstring aus mit maximal 10 Ampere, 700 Watt Peak. Dazu schließe ich hier einfach diesen Stecker an und verbinde meinen Solarpanel, meinen String hier mit diesen MC4-Steckern. Hierzu ein ganz wichtiger Hinweis. Bevor ihr irgendwelche Strings an eure Laderegler, an eure Powerbanks oder was weiß ich, was ihr hier anschließt, anschließt, gilt immer, messt vorher die Strings. Achte darauf, dass diese nicht verpolt sind. Achte darauf, dass diese nicht eine zu hohe Spannung haben, sodass diese Werte wenigstens übereinstimmen. Und erst dann schließt ihr an. Es kann immer mal passieren, wenn ihr irgendwas selber verlegt habt auf dem Dach, dass ihr vielleicht irgendwo einen kleinen Dreher drin habt. Gerade hier bei dem MC4-Steckern. Dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, wie ihr sowas krimmen könnt. Das Video findet ihr übrigens, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Hat man ganz schnell einen Dreher eingebaut und verpolt das bitte nicht. Also messt es kurz einfach mal mit einem Multimeter durch. und schließt dann die Geräte an. Ich habe jetzt einfach mal meinen String auf dem Dach hier drüben durch meine Absicherung hindurchgeführt. Und hier mit einem Verlängerungskabel einfach mal zu meinem EcoFlow geführt. Wichtig, das System ist ausgeschaltet. Ich habe hier vorne einen Hauptschalter. Denn unter großen Lasten sollte man eventuell hier diese MC4-Stecker nicht trennen und zusammenstecken. Wenn ich nur 1, 200 Watt habe, mag das sein. Aber so bei 800 oder 1000 Watt würde ich euch empfehlen, das nicht mehr auseinanderzuziehen im voller Last. Das könnte dann Lichtbögen erzeugen. Jetzt weiß ich nicht genau, was mein String hier erzeugt. Wir haben heute sehr viele Wolken, aber ich stecke ihn jetzt einfach mal hier hinein. Wir haben ihn noch nicht eingeschaltet. Er ist noch über den Hauptschalter ausgeschaltet. Also ist hier die Verbindung hergestellt. Ich drehe jetzt einfach mal das Gerät um, sodass ihr das Display seht. Wie ihr seht, passiert hier noch nichts. Jetzt schalte ich mal den String einfach zu. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, denn der Laderegler muss ich hier erst einstellen. Aber ihr seht, die Geschichte fängt an zu laufen. Der Laderegler hat meine Solarmodulen, meinen String erkannt. Wie gesagt, wir haben etwas Wolken heute. Dementsprechend kann ich meine 700 Watt Peak hier noch nicht erreichen. Aber ihr seht hier an dem Display, wir haben einen Input von 377 Watt. 78 Watt schwankt etwas und können so unser Gerät aufladen. Als kleine Zusatzinformationen haben wir hier drüben auch noch eine Ladeanzeige, eine Schätzung, eine Schätzung der Zeit. Würden wir jetzt diesen Ladestrom hier beibehalten, diese 360, 370 Watt, hätten wir das Gerät in zwei Stunden vollgeladen. Wie gesagt, wir sind schon auf 73% und es ist sehr bewölkt. Jetzt ist natürlich hier gerade bei diesen Geräten die App-Steuerung äußerst interessant. Je größer das Gerät wird, je höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es irgendwo an einer festen Stelle im Wohnwagen oder im Haus platziert. Und so wäre es natürlich schön, wenn wir alles an diesem Gerät auch per App steuern können. Das ist kein Problem. Ladet euch einfach die dementsprechende App herunter. Wie ihr seht, geht jetzt hier auch der Lüfter an, denn wir laden doch mit ganz schönen Leistung. Ladet euch die App einfach im Play Store herunter und registriert euch einfach mal bei dieser App. Haben wir die App heruntergeladen, können wir das Gerät ganz einfach mit der App verbinden. Klickt einfach in der App die Plus-Taste und folgt den Bildschirmanweisungen. Das bedeutet, wir haben hier vorne eine kleine WLAN-Taste. Diese drückt ihr einfach für einige Sekunden, bis das kleine WLAN-Symbol im Display erscheint. Und jetzt könnt ihr euer Smartphone per WLAN direkt mit diesem Gerät verbinden. Sucht einfach das Gerät in euren WLAN-Einstellungen, verbindet euch mit dem Gerät und gebt bitte hier eure WLAN-Daten, zum Beispiel eures Wohnmobiles oder wie hier meines Ateliers oder eures Wohnungen, eure Wohnung ein. Bitte achtet drauf, wendet bloß 2,4 GHz WLAN, sucht euch einfach ein WLAN aus. Wenn ihr eure Haupt-WLAN-Adresse dem Hersteller nicht bekannt geben möchtet, gebe ich euch einfach einen Tipp. Wenn ihr eine Fritzbox habt oder eventuell auch einen Telekom-Router, so stellt doch in diesen einfach den Gaszugang ein. Diesen Gaszugang könnt ihr dann individuell benennen, ein eigenes Passwort vergeben und so könnt ihr auch dieses Gerät gerne über den Gaszugang verbinden. Somit teilt ihr quasi immer dem Hersteller nicht eure WLAN-Passwörter mit. Wer das möchte, kann das so machen. Wer nicht, nimmt sein normales WLAN-Passwort. Das müsst ihr selber entscheiden. So, ich habe jetzt hier einfach mal mein Gerät verbunden. Hierzu auch gleich ein wichtiger Hinweis. Sucht bitte vor der Verwendung als erstes nach neuen Firmware-Updaten. Ist dieses vorhanden, ladet das bitte herunter, spielt es auf das Gerät auf. Achtet bitte darauf, das Gerät dabei nicht auszuschalten. So ein Firmware-Update kann mitunter auch sehr lange dauern. Legt einfach euer Smartphone hier daneben. Achtet auch darauf, dass dieses aufgeladen ist, sodass ihr den Prozess überwachen könnt. Und fahrt das Firmware-Update. Ich habe es einfach mal hier aufgespielt und wenn das Firmware-Update fertig ist, schaltet das Gerät sich wieder ein und ihr könnt es wieder verwenden. Jetzt kommen wir mal zur grundlegenden App-Bedienung. Die App kann ja hier viele schöne Dinge steuern. Ich möchte euch einfach mal die wichtigsten Dinge hier mitteilen oder mal zeigen. Dazu schauen wir einfach mal auf meinen Bildschirm. Wir sehen jetzt hier mein angemeldetes Gerät. Wie gesagt, ihr könnt natürlich mehrere Geräte kaufen und dann auch hier drinnen anmelden. Wir klicken auf das Gerät und sehen hier die wichtigsten Details an diesem Gerät. Ich habe aktuell das Laden wieder ausgeschaltet, weil der Lüfter jetzt ein bisschen hier bei der Moderation gestört hat. Ihr seht jetzt hier bei diesem Gerät, was für eine Leistung in diesem Gerät gespeichert ist. Ihr seht die verschiedenen Aus- und Eingänge und habt hier die wichtigsten Einstellungen. Ich möchte einfach mal die wichtigsten Einstellungen mit euch durchgehen. Wir klicken zum Beispiel einfach mal auf den Ausgang 230 Volt. Das heißt, wenn ihr einfach 230 Volt Geräte anschließen wollt. Wichtig, hier seht ihr auch noch mal die Funktion X-Boost. Ich klicke sie einfach mal an. Diese könnt ihr wie gesagt einschalten, wenn ihr dementsprechend große Verbraucher anschließt. Wenn ihr feine Geräte anschließt, wie zum Beispiel euer Laptop oder ähnliches, schaltet ihr das bitte aus. Ich habe es jetzt ausgeschaltet, weil ich euch nachher mal eine Anwendung mit einem sogenannten feinen Gerät einfach mal zeigen möchte. Jetzt können wir diese Eingänge, die 12 Volt Eingänge, die ganz normalen 230 Volt Eingänge, einfach hier mit den Power Tastern einschalten. Ihr hört, es kommt ein Signal. Der Wechselrichter fährt hoch. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere 12 Volt Ausgänge oder dementsprechend für unsere USB Ausgänge. Diese können wir hier alle ein- und ausschalten. Das können wir schön komfortabel von überall auf der Welt machen. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, könnt ihr dieses System dann auch vielleicht sogar verwenden, um eventuell mal irgendwelche Beleuchtungen daheim einzuschalten, wenn ihr nicht da seid oder ähnliches. Wir sehen dann oben die Werte Eingang und Ausgang. Jetzt schalte ich noch mal kurz meinen Ladevorgang, meinen String hier dazu, damit wir hier mal ein paar Zahlen sehen. So, das Solar String ist aktiviert. Wie gesagt, es ist immer noch ein bisschen wolkig draußen. Wir haben jetzt hier, und das sehen wir schön in der App, 322 Watt Eingang. Wie gesagt, da schwankt etwas. Also haben wir quasi dieses Display hierhin nochmal gespiegelt. Auch hier haben wir oben eine kleine Animation. Hier könnt ihr dann nochmal näher euren Akku im Auge behalten. Wir sehen, wenn diese Ladung so weiterlaufen würde, sehen wir hier eine etwas detailliertere Zeitangabe. Zeitangabe etwas genauer als hier im Display, würden wir 2 Stunden, 12 Minuten brauchen, um das Gerät so vollzuladen. Wichtig, wir sehen natürlich auch in der App die Temperatur, können somit auch unsere Akkus nochmal visuell überwachen. So, dann haben wir natürlich noch weitere Einstellmöglichkeiten. Alle Einstellungen, die hier möglich sind, kann ich euch in diesem Video nicht erläutern. Wenn ihr dazu nochmal Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Vielleicht kann man hier nochmal ein Anschlussvideo dazu machen. Ich zeige euch einfach mal die wichtigsten Einstellungen. Dazu klicken wir hier oben auf das Zahnrad-Symbol und kommen jetzt in die Tiefeneinstellungen. Wie ihr seht, das ist wirklich extrem umfassend. Hier könnt ihr sehr, sehr viel einstellen. Wichtig für mich wäre zum Beispiel das Laden über 230 Volt. Das möchte ich euch hier einfach mal zeigen. Hier haben wir Ladegeschwindigkeit mit Wechselstrom. Im Moment auf schnell eingestellt. Wenn wir hier eine Zeile weiter runter gehen, können wir zum Beispiel hier die Ampere voreinstellen. Hier können wir neben der Einstellung schnell dann dementsprechend nochmal etwas zurückgehen. Auf 4 Ampere, 6 Ampere oder 8 Ampere. Was hat das überhaupt zu bedeuten? Das ist ganz einfach auszurechnen. Wenn zum Beispiel aus eurer Steckdose, sagen wir einfach mal 240 Volt herauskommen und ihr stellt hier auf 4 Ampere ein. So könnt ihr euch ganz einfach die Leistung ausrechnen. 4 mal 240 Volt, also 240 Volt mal 4 Ampere sind dann ist gleich die Watt, mit denen wir hier laden können. Wichtig, das sind nur Richtwerte. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier 4 Ampere eingestellt haben, kann es sein, dass natürlich bei der Ladung der Ladeprozess nochmal etwas schwankt. Habt ihr also dann zum Beispiel hier 4 Ampere eingestellt, so werden das runde 960 Watt einladen. Das kann aber, wie gesagt, je nach Ladeprozess etwas schwanken und wahrscheinlich meistens nach unten. Also liegen wir hier meistens dann zwischen 800 und 960 Watt beim Laden. Dann können wir natürlich auch noch 6 Ampere, 8 Ampere einstellen. Somit könnt ihr das nochmal etwas näher anpassen. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Besitzt ihr eine Solaranlage, speist in das Netz ein, könnt ihr euch schön euren Strom hier wieder zurückholen und hier drin speichern. Schaut einfach mal, was ihr im Moment übrig habt oder was ihr über den Tag so übrig habt, was ins Netz verloren geht. Stellt hier die Ampere ein und holt euch einfach den Strom zurück, bevor ihr ihn an den Netzbetreiber verliert. Dann können wir darunter noch viele Zeiteinstellungen machen, wie zum Beispiel das automatische Ein- und Ausschalten des Smart Generators. Auch können wir das Ausschalten des Gerätes generell einschalten. Wenn hier zum Beispiel nichts mehr läuft, nichts mehr verwendet wird, kann das Gerät sich auch selbstständig ausschalten. Macht eventuell auch Sinn. Und dann ist das Gerät dann dementsprechend auch heruntergefahren, wenn es nicht benutzt wird. Habt ihr sonstige Fragen zu dem Gerät, zu der App, haben wir natürlich auch nochmal hier einen Hilfessender. Dort könnt ihr euch dann näher nochmal über die App informieren und weitere Informationen zu der App euch erfragen, wenn ihr hier irgendwas nicht versteht oder mit irgendwas nicht zurechtkommt. So, wir schauen einfach mal hier wieder raus und ich möchte einfach mal mit diesem Gerät mal was ganz Spezielles machen. Wie ich euch ja schon in anderen Videos gezeigt habe, besitze ich auch E-Fahrzeuge und Hybridfahrzeuge. Und hier stellt sich die Frage beim Aufladen dieser Fahrzeuge, ist denn sowas überhaupt mit so einem Gerät möglich? Das macht jetzt nicht besonders viel Sinn, das Fahrzeug komplett damit aufladen zu wollen. Das ist jetzt wirklich übertrieben. Aber, ihr kennt es ja aus eurem PKW, dort hattet ihr mal einen Reservekanister dabei. Und was macht man bei einem E-Auto, wenn man liegen bleibt, weil die Batterie leer ist? Da bleibt eigentlich nur noch der Abschleppdienst. Hier kann es aber von Sinn sein, wenn man vielleicht so ein Gerät auch nochmal mitnimmt oder wenn man eh als Camper unterwegs ist mit dem Wohnwagen, hat man vielleicht dieses Gerät dabei und man hat sich ein bisschen versemmelt und der Akku ist leer. Ich kenne leider auch schon einige von diesen Experten, die das hinbekommen haben. So kann man sich mit diesem Akku vielleicht bis zum nächsten Ladepunkt retten. Wir haben hier eine Kapazität von rund 2 kWh drin gespeichert. Durch das Laden und Entladen werden wir etwas Verluste haben. Das würde aber bei meinem Fahrzeug bedeuten, mit meinem Fahrzeug würde ich in etwas ebenem Gelände ungefähr 10 Kilometer mit dieser Kapazität zurücklegen können. Und das können die 10 Kilometer sein, die ihr braucht, um zum nächsten Ladepunkt zu kommen. Jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ihr ein Auto damit aufladen könnt. Dazu gehen wir einfach mal raus zu meinem Auto. So, wie ihr seht, befinden wir uns in meinem Hybridfahrzeug. Ihr seht, das habe ich jetzt mal ausgewählt, weil hier der Akku nicht ganz geladen ist. Der Akku hat eine Kapazität von 13,75 kWh, ist in etwa halb voll, wie ihr hier seht. Und hier möchte ich jetzt mal ein bisschen Energie reinschaufeln. Um jetzt mein Fahrzeug hier zu laden, ihr seht, ich habe hier einen einphasigen Ladeanschluss, benötigen wir eine Wallbox oder einen Ladeziegel. Hier gibt es ja verschiedene Ladeziegel auf dem Markt. Hierzu benötigt ihr aber einen, der einstellbar ist. Ich habe jetzt hier einfach mal einen mitgebracht, denn es ist wichtig, nur so viel Kapazität in das Auto reinzuladen, wie unsere Powerstation auch leisten kann. Ich habe es euch ja gesagt, wir haben den X-Boost ausgeschaltet, denn wir haben hier ein elektronisches, feines Gerät. Und hier können wir nur 2000 Watt dauerhaft aus dieser Anlage ziehen. Die müssen wir natürlich beim Laden unterschreiten. Das kann ich mit meinem Ladeziegel einstellen. Der kann zum Beispiel auf 6 Ampere, 10 Ampere, 8 Ampere und Ähnliches eingestellt werden. 8 Ampere wäre vielleicht ein bisschen knapp dran. Da wären wir so um die 1900, 1920 Watt, die wir da ziehen würden. Das wäre mir zu knapp. Deswegen stelle ich ihn einfach mal jetzt auf 6 Ampere ein. Und als kleine Besonderheit seht ihr hier am Display, wir haben auch die Solarpaneele angeschlossen. Das heißt, wenn ihr so ein mobiles Modul dabei habt, mit 200 Watt oder Ähnliches, könnt ihr hier auch nochmal anschließen. Und könnt währenddessen ihr euer Fahrzeug ladet auch weiter hier den Strom einspeisen über das Solarmodul und gleich hier in das Auto mit einbringen. Somit könnt ihr quasi die Ladekapazität nochmal deutlich erhöhen. So, wir schalten jetzt hier erstmal den 230 Volt Ausgang ein. Ihr seht, der Wechselrichter fährt hoch. Wir verbinden den Ladeziegel, bevor wir ihn mit dem Auto anschließen oder verbinden, erstmal mit unserem EcoFlow. Einfach hier den 230 Volt Stecker einstecken. Ihr seht, der Ladeziegel schaltet ein und fragt das mal, ja, was wollen wir denn hier überhaupt machen. Wir haben hier eine kleine Taste und können hier die Leistung durchschalten. 8 Ampere, 10 Ampere, 12 Ampere, viel zu viel. 16 Ampere geht gar nicht. Aber 6 Ampere, das ist möglich. So müssten wir mit irgendwas um die 1400 Watt maximal laden. Das schafft natürlich hier unser EcoFlow auf jeden Fall. Und jetzt verbinden wir einfach das Gerät mit unserem Auto. Hier sind wir jetzt mal etwas still. Ihr hört nämlich dann immer, wenn das Laden im Auto beginnt, gibt das so ein kleines Geräusch bei mir. Ihr habt es vernommen. Ein kleines Klick. Und hier haben wir auch nochmal diese Signalleuchte, die sagt, okay, Laden ist gestartet. Ladevorgang läuft. Und jetzt seht ihr hier eine Besonderheit. Wir sehen, wir können unseren EcoFlow weiterladen. Meinetwegen auch über den Stromanschluss, über einen Generator oder über unsere Solarzelle. Im Moment ist es extrem bewölkt. Leider nur noch 98 Watt. Und auch gleichzeitig entladen. Wie gesagt, die 6 Ampere sind nur Richtwerte. Deswegen haben wir hier 1240 Watt, was wir gerade in unser Auto einladen. So, jetzt lasse ich einfach mal die ganze Geschichte laufen. Und wir laden mal unser Auto. Wir haben auch hier wieder eine Zeitschätzung. Ungefähr eine Stunde. Dann ist das Teil hier leer. Und wenn wir hier noch 74 Prozent drin haben, heißt das in etwa bei mir so 6 bis 7 Kilometer Reichweite, die ich so in mein Auto einladen könnte. Wir laden jetzt einfach mal das Auto auf und entleeren hier unsere Powerstation. Wir können uns auch noch mal kurz die Schätzung hier anschauen. Also jetzt würden wir 31 Kilometer mit dem Fahrzeug kommen. Mal schauen, wie weit wir kommen, wenn wir unseren EcoFlow entleert haben. So, kleiner Zwischenbericht. Ungefähr 20 Minuten laden wir jetzt mit 6 Ampere, runden 6 Ampere. Wir schauen mal hier auf das Display. Und wie ihr seht, haben wir jetzt schon eine Reichweite von 35 Kilometern. Diese Angaben sind immer mit Vorsicht zu genießen. Bei diesem Auto stimmt es relativ. Das ist auf ebelner Strecke. Wären das jetzt 4 Kilometer, die wir dazugewonnen haben. Im schwerbergigen Gelände wären es nur ungefähr 2 bis 3 Kilometer. So, jetzt wollen wir einfach mal schauen, was das Gerät maximal kann. Und gehen einfach mal an die maximale Ladeleistung. Ich gebe einfach mal 8 Ampere ein. Probieren wir es einfach mal aus. Hier können wir noch mal schauen. Ihr seht, 49 Prozent haben wir noch im Akku. Es ist leider wahnsinnig bewölkt. Schade, sonst hätte ich euch noch mal das Laden mit hoher Leistung gezeigt. Wie gesagt, man kann hier das Gerät laden und entladen gleichzeitig. Und hier kommt noch etwas Energie dazu. Jetzt stoppen wir den Ladevorgang. Ich habe jetzt vergessen, das innen im Auto zu drücken. Deswegen ziehe ich jetzt hier einfach mal den Ladestecker ab. Ladevorgang ist gestoppt. Wir sehen jetzt hier die 6 Ampere noch. Das ändern wir auf 8 Ampere. Man müsste jetzt nahezu an 2000 Watt herangehen oder 1800 bis 2000 Watt müsste das geben. Wie gesagt, das hat immer leichte Schwankungen. Stecken es wieder an. Prozess startet. Ihr hört es. Die Ladeleuchte geht an. Licht blinkt. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt hier rausziehen können. Wir lassen mal das Gerät anfahren. 600, 800, 1000, 300, 500, 700. Uh, das geht hoch. Die Lüfter gehen volles Rohr an. Denn wir laden und entladen mit hoher Kapazität. Jetzt machen wir so 1700 Watt. Mal sehen, vielleicht schaffen wir sogar mal zwischenzeitlich 1800 Watt. Jetzt müssten wir hier mal die Prozent schneller nach unten bringen. Und wir laden jetzt mal das Auto so schnell wie möglich auf. Übrigens jetzt hier die Anzeige hat sich jetzt hier auch ein bisschen verändert. Vorhin habt ihr gesehen, war hier immer meistens eine Stunde angezeigt. Jetzt stehen hier unten Minuten. 32 Minuten müsste das Gerät leer sein, wenn die Werte ähnlich bleiben. Also schauen wir in ungefähr einer halben Stunde hier nochmal vorbei. So, dank der App bin ich hier natürlich immer aktuell informiert. Und die App hat mir gerade mitgeteilt, dass ich nur 5 Minuten habe. Dann ist das Teil leer. Jetzt bin ich hierher gelaufen. Es sind sogar nur noch 3 Minuten. Jetzt können wir nochmal drauf schauen. Der ganze Prozess läuft noch bei 7,5 Ampere. Gehe noch in mein Auto hinein. Und seitdem ich jetzt wieder gestartet habe, haben wir ca. 800 bis 900 Watt, also 0,8 kW, nochmal hier reingefüllt. Wie gesagt, wir hatten vorher schon mal 15 bis 20 Minuten geladen. Und dann schauen wir gleich mal, was hierbei rumkommt. Jetzt zählen wir einfach mal den Countdown hier runter. Wir warten noch die paar Minuten. 6% sind noch drin. Wie gesagt, ihr seht es auch hier draußen, da ist nicht viel los. Wird gleich regnen. Kommt nicht viel über meine Solarmodule, also muss der Akku das alleine schaffen. Und wir sind bei 5%. Und die Leistung fällt herunter, bis er leer ist. So, ihr habt es gesehen. Wir sehen, trotz alledem läuft meine Ladung weiter. Das heißt, die angeschlossenen Solarpaneele können das Gerät weiter laden. So, ihr seht auch, es hat sich alles von selbst abgeschaltet. Nichts ist passiert, nichts ist kaputt gegangen. Das ist so, als wenn ihr den Ladeprozess jetzt hier beendet hättet oder das Ladekabel abgezogen. Da passiert gar nichts. Jetzt schauen wir mal, was uns der Akku hier geben konnte. Wir gucken mal hier vorne in das Display. Hier sieht man schon deutlich, wir haben jetzt deutlich mehr in dem Akku drin. Wie gesagt, das Fahrzeug hat einen sehr kleinen Akku, 13 bis 14 kWh nur. Und wir schauen hier mal auf das Display. Und wir haben eine maximale Reichweite jetzt von 44 Kilometer. Diese Kilometerzahl würde jetzt eventuell, wenn ich durch die Stadt fahre, Kassel, Dortmund oder sowas, hinhauen oder im Flachland, im bergigen Gebirge deutlich weniger. Wir haben vorhin, oder ihr wisst, wir sind vorhin mit 31 Kilometer gestartet, sind jetzt bei 44 Kilometer, hätten also 13 Kilometer im Flachland dazu gewonnen. Und im schwerbergigen Gebirge würde ich sagen, so 6, 5, 6, vielleicht 7 Kilometer hätten wir jetzt hier dazu gewonnen. Man muss auch dazu sagen, der Akku war nicht voll, er war nur zu 73 Prozent gefüllt. Und somit könnten wir jetzt mit unserem E-Auto noch zum nächsten Ladepunkt oder zum nächsten Bauernhof fahren und dort vielleicht mal das Fahrzeug nachladen. Also als Reservekanister durchaus verwendbar. Hierzu ist aber eines anzumerken, bitte stellt das Gerät beim Laden aus dem Fahrzeug heraus. Denn ihr habt gemerkt, die Lüfter sind ganz schön hochgefahren, besonders wenn ich mit 8 Ampere lade. Je weniger Ampere ihr hier reinladet, je weniger wird das System belastet, je mehr schont ihr das System, je weniger muss das System gekühlt werden. Es ist natürlich kontraproduktiv, wenn ihr den Akku hinten im Kofferraum stehen habt, das Auto steht in der prallen Sonne, die Fenster sind fast alle geschlossen, bis auf die Seite, wo ihr das Kabel rausgelegt habt, das wird dann zu warm. Bitte achtet darauf, dass eine gute Belüftung bei derartigen Geschichten immer gegeben sind, sodass das System auch die Temperatur halten kann. Denn wenn das System überhitzt, schaltet es natürlich auch ab. Wir haben hier dementsprechende Sicherheitseinrichtungen. Somit kann da auch nichts passieren. Ihr könntet halt dann dementsprechend euer Auto nicht mehr aufladen. So, das war der kleine Ladetest. Und ich hoffe mal, das war recht informativ für euch, denn ich habe das auch so jetzt noch nicht ausprobiert. Aber es ist, wie gesagt, eine gute Alternative zum Reservekanister. So, jetzt müssen wir den EcoFlow natürlich wieder aufladen. Jetzt habe ich das Laden bei 12 oder 24 Volt noch nicht gezeigt. Ich habe hier einfach mal den Adapter eingesteckt. Das Kabel liegt hier ein bisschen stramm, weil das jetzt etwas weiter von meiner Anlage weg ist. Hier drüben seht ihr meine richtige Solaranlage, meine richtige Insel, die hier diesen Raum versorgt. Diese wird jetzt oben über viele Solarmodule geladen. Und hier habe ich zwei Ausgänge gelegt, 12 Volt sowie 24 Volt. Diese Ausgänge habe ich auf 10 Ampere begrenzt. Mehr würde ich auch über so ein dünnes 2,5er Kabel nicht schicken jetzt auf diese Länge. Vor kurzem Moment wird es mal gehen. Ihr seht hier, die 24 Volt Steckdose ist jetzt ungefähr 25 Grad warm. Geht also noch. Wie ihr seht, wir laden hier mit 180 Watt. Das System erkennt, dass es hier in einer 12 oder hier in diesem Fall 24 Volt Steckdose angeschlossen ist. Begrenzt dann auch dementsprechend die Ladung und lädt jetzt hier wie gesagt 180, 190 Watt. Das dürften so raude baut circa 8 Ampere sein. So kann ich jetzt das Gerät in aller Ruhe wieder vollladen. Ihr seht, es ist schon etwas an Zeit vergangen. Wir haben noch fünf Stunden vor uns. Dann ist das Gerät auch wieder voll. Das heißt, ich kann es jetzt hier einfach in die Ecke stellen und über meine Anlage schön nebenbei her aufladen, ohne auch nur einen einzigen Cent an Stromkosten zu verursachen. Denn ich lade hier ausschließlich autark über meine Inselanlagen das System auf. So und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, die kleinen Tests, die ich hier gefahren habe und die Erklärung, die ich gegeben habe, war für euch genauso interessant wie für mich auch. Denn ich habe das auch noch nicht arg so oft probiert, mein PKW, mein E-Auto, Hybridauto mit sowas aufzuladen. Aber wenn man das nötige Kleingeld hat, ist sowas eventuell als Reservekanister, wie ihr es gesehen habt, verwendbar. So, noch ein wichtiger Hinweis. Dieses nette Gerät wurde mir netterweise von online-batterien.de zur Verfügung gestellt zum Testen und Ausprobieren. Wenn ihr euch für dieses Gerät oder eventuell auch für passende Solarpaneele oder weiteres Solarzubehör, Batteriezubehör interessiert, schaut doch einfach im Shop vorbei. Link zum Shop natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch einen kleinen Rabattcode. Damit könnt ihr dann beim nächsten Einkauf hier auch nochmal etwas Geld sparen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem. Abonniert einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wollt ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen, so klickt doch einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage mit Tschüss bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.